Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Video! Was geht mit Alpha? Was geht? Ich bin der Bodyguard und ich bin bereit für den Film. Was geht? Ja man, was machst du da? Und zwar Leute, wir spielen heute, wählen nicht das falsche Brawl Stars Portal. Und Leute, im letzten Brawl Stars Video habt ihr mir geschrieben, ja, dass ich meine Fähigkeiten nicht richtig eingebaut habe und so, dass meine nicht die richtigen Fähigkeiten haben. Das tut mir leid. Wie gesagt, Minecraft kann man das immer nicht alles so krass umsetzen, leider. Was geht? Aber deswegen spielen wir heute. Und ich bin auch noch nicht so der krasse Brawl Stars Profi. Deswegen, wenn ihr was zu verbessern habt, dann schreibt es mir in die Kommentare, Leute. Und wir spielen heute, wie gesagt, wählen nicht das falsche Brawl Stars Portal mit Alpha! Was geht? Ja man, Leute, und zwar... Ey, auf mich zu boxen, Alter! Juge, Mann! Bist du Stress wieder? Du hast doch nicht so provoziert, Alter! Juge, provozier dich wieder, Mann! Heute bist du dran, ich sagst du. Junge, denk nicht! Denk nicht, Alter, du bist dran! Was geht? Und tschüss! Oha, ey! Jetzt ist es an! Ja, man nimmt dir das Zeug wieder und zwar, Leute, wir... Einfach, da liegt noch Zeug von dir! Und zwar, Leute, wir spielen ja, wie gesagt, heute dieses Portal-Video. Und zwar sind da drüben ganz viele Porta... Ey, Alpha! Junge! Und zwar sind da drüben ganz viele Brawl Stars Portale mit bösen Gegnern. Und wir müssen auch Brawler besiegen in Meinungschaft, Leute. Das wird richtig heftig! Ja, Mann! Lass den Abon da! Und zwar, Leute, wir haben jetzt gleich hier durchgewandelt. Hier sind da kommt auch mehr Portale. Und da sind richtig böse NPCs, die auf uns warten, Leute. Die richtig gefährlich sind. Und so, wir haben richtig viele Laserwaffen dabei. Wir haben eigentlich eine große Auswahl. Mit welchen... Also, wir haben den Shotgun und was für sich was. Alles unten richtig gutes Schwert, glaube ich. Und so, wir gehen jetzt durch das erste Portal. Und, Leute, wir sehen ja schon, hier ist Crow. Hier ist zum Beispiel Spike. Oder da ist auch Leon. Was geht? Richtig viele Brawler-Portale. Wir haben sechs an der Zahl, Leute. Und eines sind stärker als die anderen. Also, es gibt welche, die sind, glaube ich, schwieriger. Und es gibt welche, die sind, glaube ich, einfacher. Und ich würde mal sagen, wir gehen am Anfang mal durch das... Ich bin bereit! Was geht? Ja, Mann! Hier durch das Crow-Portal. So. Ich bin durch. Einfach, komm mit. So, Leute, wir bauen jetzt gleich die erste E-A-Dropa. Oh, mein Gott. Halt mich nicht. Ich hoffe nicht. Nee, Mann, ich habe noch keine. Hast du eine? Äh, nein. Soll ich mal in meine Tasche gucken? Ja, Mann! Hier, nimm bitte! Danke, Mann. Was geht? Oha, voll die Gute, Mann. Gönn halt. So, Leute, wir bauen jetzt hier erstmal auf. LOL, das sind Gegner, Alter. Pass auf. Guck mal, die kommen ja alle durch. Alter! Oha, das sind Wizard-Skelette, Alter. LOL, ich laser die einfach alle weg. Oha, mach Blitz, mach Blitz. Mach Blitz, mach Blitz, mach Blitz. Ja, es ist die Stärkste, oder? Es ist die Stärkste, Alter. Die Tesla-Gart. Was geht? Und Attacke. Junge, wie viel Fett ist das auf einmal weg? Die haben einfach gar keine Sons. Geht Blitz, Alter. Was geht? Ey, wir müssen gucken. Ich weiß gar nicht, wo der Brawler ist. Dieser Crow muss auch irgendwo sein, Alter. Alter, siehst du den da nicht? Ich glaube, das ist der Brawler. Der steht ganz hinten. Das ist der Endgegner von der Stage hier. Oha, ist der Crow, Alter? Ich weiß nicht, der hat safe mehr nehmen als wie. Oh, guck mal, die sieht richtig kreis aus. Hey, ja, Alter. Das ist so ein Schwert. So ein Samurai-Schwert oder so. Ey, was geht? Loll, der greift an. Warte. Macht der mit Damage? Junge, der greift an, Alter. Warte mal. Und ich lasse ihn mal weg. Was geht? Hä, der kann gar nicht so viel machen, Mann. Nee, das schlugt, machen wir kein Damage. Ich bin so... Oh, guck mal, hat mich durchgestochen. Junge, Alter. Mach den weg, Alter. Einfach ballert drauf. Los, let's go. Den machen wir fertig, Leute. Junge, Alter, der schluckt richtig. Der ist um das Attack. Oha. Junge. Was geht? Ey, Junge, du machst mir aber voll viel Damage. Geh mal weg hier. Alpha, nein, hör auf, bitte. Nein, Alpha. Ja, okay, komm. Denk dich mal. Junge, ich ballert dich zurück, Alter. Jetzt bist du dran, weil du provozierst immer so heftig. Was lauert du? Jetzt bist du dran, Alpha. Jetzt bist du dran, Alter. Was geht? Komm her. Und ich mach die Blitzattacke auf dich. Nice, ich hab dich. So, Leute, wir gehen jetzt an die nächste Stage. Und zwar gehen wir mal hier in die Spike-Stage. Was geht? Komm mit, Alpha. Komm mit. So, ich grab hier auf. Mach deine Laser-Bereit. Oha, Leute. Hier sind gar nicht so viele drin. Die können wir eigentlich alle ziemlich schnell besiegen. Und die Laser-Shotgun. Du bist dran. Ist so, Alter. Die haben richtig viele, einfach. Komm mal da drauf, was geht. Und du bist dran. Und du bist auch dran. Die haben gar keine Chance gegen unsere Laser. Die sind viel zu stark, einfach, Leute. Ich krieg zwei auf eins. Oha, kommt hier der Grüne. Oha, Alter. Lol, der kommt gleich raus. Junge. Oha, der macht mir sogar Schaden. Junge, der hat so ein grünes Jadenschwert oder so. So ein Admiral-Schwert einfach. Lol, die greift dich. Alter, Junge, die kloppen alle auf mich ein. Besiegt ihr mit meiner Laser-Waffe. Kein Ding. Alter, okay. Die machen mir gar nicht so viel Schaden. Und ein Heap für alle, Leute. Aber der Grüne hält auch wieder richtig viel aus, einfach. Das ist Spike, Alter, der Brawler. Oha, Alter. Ich bin voll down, Alpha. Junge, ich hab mal... Lass mich mal. Mach den fertig. Mach den fertig, bitte. Ich muss schnell Gold abfließen, kurz. Ah, Krera mit Emo über deinen Vertrag, Alter. Junge, was ist der Vertrag, Alter? Mach den fertig, Alter. Alter, es sieht nicht gut für dich aus, wirklich. Äh, ich glaube, er ist mühent. Hör auf jetzt. Junge, jetzt mach ihn fertig. Ich bin voll down. Ja, deswegen der Start. Ich hab nur drei Herzen. Ich hab nur drei Herzen. Der gute Schwert, Alter. Warte, ich hole dir den Schach. So, ich hab nur Obsidian-Schwert drauf. Nice, der Start. Was geht? Alter, Leute, die machen uns gar kein Damage. So, ich würde mal sagen, dass wir eine bessere Challenge haben. Ziehen wir mal vielleicht nochmal zwei Rüstungsteile aus, weil es ist echt eine starke Rüstung, die wir da haben. So, warte, ich komme einfach. Was geht? Weil die ist vielleicht ein bisschen zu P für die Brawler. Die haben da nicht mit gerechnet, weil sowas gibt ja auch nicht in Brawlstar. So, und dann gehen wir ins nächste Portal. Hier von Leon. Oh, Leute, das ist der richtige Wall, krass. Die machen wir jetzt auf. Ich denke mal, dass da viele Gegner dahinter sind. Bist du bereit, Alpha? Yes, bin ich. Okay, let's go. Oha, die greift da los. Alter, was ist... Oha, ich hab viel mehr. Oha, Alter, warum sind die... Ich bin down. Ja, ist ja auch... Warum sind die so aggressiv, Alpha? Ich geh... Alter, die hab ich down gemacht einfach. Junge. Oha, ich geh wieder durch, durchs Portal. Alter, warum sind die so aggressiv, Junge? Was geht bei euch ab, Alter? Ich trau mich nicht rein. Habt ihr alle Brawlstars verloren oder was? Was geht? Und du bist weg. Und du auch? Sag, Alter, Leute, du hast mich gerade getroffen. Pass auf, Junge. Oha, der Mensch macht voll viel Blatt, guck dir das an. Ist so, Alter. Ey, joha, Junge. Da ist doch ein Gegner. Oh oh, der Boss. Und da ist Leon der Endgegner, Alter. Der Boss, Junge. Ich bin mal gespannt. Der macht bis jetzt noch gar nichts. Was geht, Leon? Oha, er greift da. Der greift da, Junge. Ja, der ist voll langsam. Oha, Polizei, halt, fern Sie. Was macht der so viel? Warte, schlank mich an. Oha, ey, lol. Der macht echt damage. Oha, der ist ja voll aggressiv, Leute. Ich baller den jetzt einfach mit meiner Laser-Garnier weg. Und ich scope drauf. Und der ist bald beschickend. Ja, Mann, die Donate habe ich versucht, drauf zu ballern. Ich habe noch zwei Härte. Oha, der ist Goldapfel, Alpha. Pass auf, der kommt, der kommt, der kommt. Ich mache Shotgun. Ja, Mann. Ich habe ihn aufgelöst. Was geht? Wir haben den auch besiegt, Alter. Wie heftig. So, warte, die Stage. Wir haben jetzt die Stage. Dann haben wir jetzt noch die Stage hier. Was geht? Bist du da? Der Vogel, wie heißt der? Hä? Ich weiß gar nicht, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, wie der heißt. Es befindet sich gerade nicht auf der Roboter. Das ist dieser Zauberer. Okay, warte, ich mache auf. Ja, oha. Oha. Einfach raus, 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 raus. Wieder raus. Komm raus. Junge, das ist definitiv das falsche Portal. Alter, du kommst das Portal. Junge, baller einfach durchs Portal durch. Alter, ich bin fast da und ich habe noch einen einer Perzen. Weil ich habe gerade ein Glucase geöffnet. Ja, mal nicht erst ein oder zwei Stück. Alter, das ist mal gerade viel zu arg. So, warte, ich gehe durch. Der Boss kommt schon. Hä? Oha. Ich bin schwer. Junge, Alter, was hat der für Klapp? Es kommt wohl nicht so viele Schatten. Ey, warte, sag ich mal. Ey, der Boss geht nur auf dich los, Alter. Warte, ich baller den mal weg mit meiner Shotgun. Oh ja, der macht mir wohl. Zwei Erz macht er mir Schaden, Leute. Der ist gar nicht so eine Gefahr. Ich glaube, gegen meine Shotgun hat er einfach kaum eine Chance. Ich lade mal kurz nach. Ey, aber die Minions von dem waren gerade voll stark einfach. Oha, ist schon pulverisiert, Junge. Wir sind trotzdem so pep. Lass da, oder was geht's? So, jetzt haben wir noch zwei Stages, Leute. Zwei ganze Stages. Warte, wir haben noch hier. Ich weiß gerade auch nicht, wie der Brawler heißt. Da fällt mir gerade nicht ein, der Name. Oha, lol, der sieht echt cool aus. Okay, warte, ich gehe durchs Portal. Bist du bereit, um die Wallen aufzumachen? Oha, das sind gar nicht so viele Gegner. Ey, wir können ja auch so besiegen. Hey, ja, Alter, das ist übel smart. Warte mal. Alter, da hinten stehen aber voll viele. Ich bin gespannt. Oha, es geht los. Warte, ich muss nachladen. Warte mal, lol, die machen mir voll viel Schaden, Alfa. Oha. Ey, sie sind schon bei mir. Was kommt denn zu dir? Lol, mach die fertig. Junge, du hast die alle fertig gemacht, Alter. Wie krass. Warte, da sind auch noch welche. Ey, was geht? Die checkt gerade gar nicht, dass ich da bin. Alter, Leute, es sind ja viel mehr, als ich gedacht habe, Alfa. Warte, ich muss das Gold auflassen. Da hinten. Oh, ich bin fast da. Warte, ich auch. Oha. Warte, und Laserattacke. Junge, was geht? Oha, ich habe gerade gebar. Da ist der Boss. Ey, der hat nur so ein Dynamit. Leute, macht mir trotzdem voll viel Schaden, weil der nur so Dynamit hat. Das ist Gold auf 5. Ja, Mann, was geht? So, und drauf mit der Laserkanone. So, da ist noch der Brawler. Warum hat der TNT? Was hat der vor? Ich weiß nicht, der ist komplett los, Alter. Alter, ich glaube, der macht kein Damage, oder? Was geht? Weiß nicht. Nee, auch du halb. Obwohl, doch, doch, der macht der, Mensch, Alter. Ey, aber der sieht so lost aus, Mann. Was geht? Der ist voll von mir. Der ist so, Alter, ein richtiger Doob. Der kann sich mal zünden, Mann. Und ich schieße mit der Laserkanone drauf und der ist auch pulverisiert, Leute. Es geht einfach richtig ab. Ist so, Alter, der hat gar keine Source, Leute. Brawl Stars, Alter. Ist so heftig. Wie gesagt, Leute, viele haben sich auch ein Brawl Stars, wie du gewünscht hast, aber das ist nicht so einfach, weil ich weiß, ich so Handy aufnehme und so. Ey, Alpha! Junge, Leute, das ist ja Lucky Block Bad Wars. Leute, ich habe gerade Bad Wars gesehen, Junge. Oha. So, jetzt gehen wir in die letzte Stage rein, Leute. Mit Alpha. Was geht? Was geht? Geht ihr bereit für die letzte Stage? Geht ihr bereit für die letzte Stage? Oha. Oha. Nice, die warten auf uns. Hä? Ich bin so, oha, und du schlägst mich, Junge. Ey, Leute, die greift mich an an. Alpha, raus, 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 bitte. Junge, ich bin down, Alter. So, ich soll die, ich bin hinter dem Portal. Ja, das sind doch vorwürdig gar nicht so viele. Ich balle einfach mal wild ins Portal rein, vielleicht erwische ich ja eben. Oha, die kommen alle raus. Äh, zu viele. Einfach, pass auf. Äh, ratte mich. Was geht? Leute, wie viel kommt der noch raus, Junge? Leute, der Brawl ist rausgekommen. Ja, der ist ab. Oha, der hat so eine Saufel. Oha, der ist richtig wütend. Junge, der ist richtig sauer, Alter. Der ist richtig man auf dich. Ey, du bist, das habe ich dir angezeigt. Ja, ich weiß nicht, Alter. Wir haben einfach so eine Base gestürt, vielleicht deswegen. Hol den mal. Ja, ich baller den ab, so. Und was geht? Und Tesla gerne. Oha, du Schaufel, das ist ja voll der Doob. Ja, ist ja auch so, Alter. Das sind übelst du. Lol, ich habe gerade voll viel Schaden bekommen von dem. Einfach, hilf mir schnell. Nice. Den haben wir auch besiegt, Alter. Was geht? So, ich glaube, jetzt haben wir alle abgehakt, oder? Ja, wir haben ja auch ein paar Stück. Äh. Oha, wer hat dich gerade besiegt, Junge? Der Minion, oder was? Ja. Oha, der hat einfach dich besiegt. Leute, das sind ja auch voll viele. Warte, die müssen wir alle besiegen noch. Kommt drauf. Wir haben jetzt alle Brawler besiegt, Junge. Wir haben gerade fünf auf einen Streich besiegt. Was geht? Aber ja, Leute, ich würde mal sagen, lasst ein Like da. Lasst es ab. Oder wenn es euch gefallen hat, dann schaut mal vorbei. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Nein. Alter.